Moin meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Sky und diesmal wollte ich euch in einem ganz kleinen Tutorial zeigen, wie man am besten Austauschrecken und vor allem Spurtechsen farben kann. Ich befinde mich jetzt hier in einem Schrein, der von Zacken am geben ist, dazu gleich mehr. Das ist der Rukumar-Schrein, der ist südlich von Varuta und vor allem südlich vom Dorf der Zoras. Wer Varuta schon gemacht hat, der kann sie einfach dorthin teleportieren und hier runter fliegen, relativ komfortabel. So, warum stehe ich jetzt hier? Also es gibt hier jede Menge Gräser, wie ihr seht und wenn man jetzt sein Schwert auflädt, ich habe jetzt gerade den Boni noch fertig, so, dann seht ihr schon, kommt die erste Austauschrecke. Die muss man relativ schnell einsammeln, denn wenn sie die Zacken rennen, sind sie tot. Das ist bei den Austauschrecken egal, weil die sind relativ einfach zu fangen, aber die Spurtechsen, die sind relativ flott, man kann zwar hinterher rennen, aber meistens sind sie dann weg. Die Zacken haben den Vorteil, dass wenn eine Spurtechse in diesem Gras hier auftaucht und sie in die Zacken rennt, ist sie gleich tot. Ja, die fällt einfach tot um und wir können sie einfach einsammeln. Manchmal hat man hier eine kleine Durststrecke, da findet man keine Spurtechse. So. Ich kämpfe mich jetzt jedes Mal einmal durch, so im Kreis sozusagen und wenn ich hier einmal durch bin und keinen Erfolg hatte, dann speichere ich einfach, wie gesagt, am Ende und lade dann noch einmal, dann sind die Gräser wieder da und wir können uns nochmal auf den Weg hier begeben. So, bisher haben wir nur Ausdauerstrecken bekommen. Müsst du ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht in die Zacken geratet und dann wieder die erste Spurtechse. Wunderbar. Wenn die uns jetzt entwischt wäre, wäre sie direkt in die Zacken gerannt und dann hätten wir sie einfach einsammeln können. So. In den ganzen Gräsern hier rum sind natürlich auch Spurtechsen, ja, aber ich zeig euch mal, was ich jetzt eben meine. Wir speichern. So. Jetzt laden wir den gesamten Spielstand wieder neu. So, das Gras ist wieder da und wir können uns auf den neunten Weg machen. Einmal komplett von hier bis zum Punkt, wo wir gestartet sind und hoffen natürlich, dass wir ein paar Spurtechsen dabei haben. Alles klar, das war's von meiner Seite aus. Bisschen Geduld braucht man, aber so muss man zumindest nicht die ganze Map absuchen nach den Viechern. Ich bin durch die Gegend gerannt, war relativ erfolglos dabei, aber hier geht's richtig einfach, finde ich. Gut, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn es euch geholfen und vor allem gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis denn, euer Sky. Tschüss. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017